Und da geht es natürlich auch um die spannende Frage, ist ein Blogger ein Journalist? Also ist jeder, der im Netz was wir öffentlichen, ein Journalist mit den gleichen Rechten und Pflichten, wo wir merken, wie schwierig das ist, da eine Definition zu finden und jetzt gesagt haben, nur diejenigen, die berufsmäßig an der öffentlichen Meinung mitwirken, haben dann auch die gleichen Rechten, aber auch die gleichen Pflichten wie ein Journalist. Und wir haben natürlich den Wandel im Journalismus selbst auch, früher war der Redaktionsraum frei auch von Durchsuchungen und von Strafverfolgung, heute gibt es aber viele freie Journalisten, also die arbeiten nicht mehr in Redaktionsräumen, sondern zu Hause am Laptop, damit gibt es da auch eine neue Situation. Ich will ja gerade, dass freie Journalisten dieselben Rechte haben, wie die Journalisten in den Redaktionsräumen und ich möchte auch, dass Blogger, die hauptberuflich sozusagen im Internet unterwegs sind, dieselben Rechte haben wie ein Journalist, also vor der Frage Strafverfolgung, Zeugnisverweigerungsrecht, also all diese Dinge muss es eben auch für Menschen geben, die nicht wie der klassische Journalist den ganzen Tag im Redaktionsraum sind, sondern eben als freie, als Blogger unterwegs sind und da möchte ich, dass die rechtliche Situation gestärkt wird. Meine Position ist da klar, wir brauchen keine Vorratsdatenspeicherung und das ist ein harter Kampf, aber ich fand schon, dass es ein sehr gutes Zeichen war, dass wir 40% auf dem Parteitag hatten, die gegen die Vorratsdatenspeicherung sind und glaube, dass wir in der Debatte auch Mehrheiten jetzt erreichen können. Also ich glaube, es sind zwei Erklärungen. Das eine, was grundsätzlich dahinter steckt, ist, dass ich selbst hier im Parlament merke, dass für viele Kolleginnen und Kollegen ganz schwierig ist, das Internet zu begreifen, auch mit seiner Entwicklung. Und natürlich haben wir heute Probleme in der Strafvermittlung, auch in der Strafverfolgung, auch durch das Internet. Da müssen wir auch ganz sachlich darüber diskutieren, wie man da Dinge lösen kann. Aber es gibt dann immer ganz schnelle, populistische Antworten. Aber ich frage dann immer andersrum, würdet ihr die Dinge, die ihr dann im Netz vorhabt, eigentlich auch sozusagen in der Offline-Welt machen? Also könnte man sich vorstellen, dass jeder, der eine Fußgängerzone betritt, seinen Personalausweis vorzeigen muss oder dass überall gefilmt wird, dass überall alles dokumentiert wird und da sind die Leute dann schon nachdenklicher an der Stelle. Und das Zweite ist, dass ich gerade merke in der aktuellen Debatte in der schwarz-gelben Bundesregierung über die Vorratsdatenspeicherung, da geht es auch ein Stück weit darum, dass man den Liberalen jetzt zeigen will, wer das Sagen hat. Und ein Stück weit ist das jetzt, glaube ich, auch gerade die Rache für Herrn Gauck. Wenn wir uns die Entwicklung des Netzes anschauen, dann waren Innovationen oder sind Innovationen gerade dadurch entstanden, dass wir ein freies Netz haben, dass jeder eine Chance hatte, sich im Netz zu entwickeln, dass wir Ideen ziemlich hürdenfrei ins Netz bringen konnten. Und so ist dann Apple entstanden, so ist Google entstanden, so ist Twitter entstanden und Facebook. Und die große Befürchtung, die wir natürlich haben, ist, dass gerade Inhalteanbieter und Infrastrukturanbieter, dass die Kooperationen schließen. Also da gibt es ja immer wieder auch Gerüchte oder Überlegungen, die auch mal halb öffentlich geäußert werden. Und dass so zum Beispiel das nächste YouTube verhindert werden kann oder das nächste Twitter verhindert werden kann. Und deswegen hat es auf der einen Seite für mich den Grund der Kommunikationsfreiheit zu sagen, wir brauchen die Netzneutralität gesetzlich verankert. Auf der anderen Seite aber auch die Frage, wollen wir diese Innovationskultur des Netzes aufrechterhalten. Ich finde den Gedanken zum Beispiel unwahrscheinlich spannend über Landesmedienanstalten, die ja auch Geld verteilen. Also warum sollen nicht mal regionale Blogs auch finanziert werden oder eben regionale Clouds oder Datenbanken, also nicht regionale Clouds, aber sozusagen Ansätze dann in Clouds mit regionaler Berichterstattung. Glaube allerdings auch, dass sich dafür Lokaljournalisten ändern müssen und dass Journalisten sich ändern müssen. Also es wird heute um crossmediale Berichterstattung gehen. Es wird nicht darum gehen, einen Artikel zu schreiben, sondern da gehört das Video mit dazu, die Tonsequenz, da gehört das Dokument vielleicht auch mit dazu und vor allem ist eine Berichterstattung in Echtzeit gefordert. Aber eigentlich würde ich mir ehrlich gesagt schon wünschen, dass die traditionellen Parteien, vor allem natürlich die SPD, sich so verändern, dass man sagt, wir brauchen keine eigene Partei, die sich mit dem Thema Internet beschäftigt. Natürlich haben die Piraten noch andere politische Themen, die müssen sie aber erst entwickeln. Das ist ja keine reine Netzpartei und ich glaube auch nicht, dass die Piraten wegen Netzthemen hauptsächlich gewählt werden, sondern sie stehen für einen anderen politischen Stil. Sie stehen für Transparenz, für Beteiligung, für vielleicht auch eine andere Sprache in der Politik und das möchte ich gerne, dass meine Partei da viele positive Dinge übernimmt.